Meine sehr verehrten Damen und Herren, einen schönen guten Tag. Es sind jetzt noch knapp vier Monate bis zur Landtagswahl. Das ist scheinbar kurz, aber irgendwie auch unendlich lange. Da kann noch viel passieren in der Zeit. Man merkt, es zieht an, der Ton wird rauer, er wird aggressiver. Viele sind nervös. Umfragen sind zwar stabil, aber gleichzeitig auch volatil. Und während andere kreischen und brüllen, wenn ich die letzten Sitzungen im Landtag sehe, machen wir es anders. Unsere große Linie ist für Bayern klar. Bayern wird gut regiert, besser als Berlin. Und die CSU insbesondere ist die Stimme Bayerns, die Vertretung Bayerns in Deutschland, aber eben auch in Europa. Wir haben heute unser Programm entwickelt. Da ist alles drin, was Bayern braucht. Dies ist ein Programm der Praxis, nicht der Theorie. Das ist ein Programm, das sich sehr stark an den Menschen orientiert. Was brauchen die Menschen? Es ist ein Programm näher am Menschen. Für uns ist wichtig, dass es der Plan für Bayern ist, der das bestätigt, was bislang ist, dass man nämlich in Bayern gut lebt. Es lebt sich in Bayern besser als woanders. Und das ist kein Zufall. Das ist das Ergebnis harter Arbeit. Unsere Philosophie ist, wir wollen zeigen, dass wir Versprechen fast alle gehalten haben oder in der Umsetzung sind, dass der Kurs stimmt und dass wir diesen Kurs auch vertiefen wollen und ausbauen wollen für das, was für die Menschen relevant ist. Wir machen keine leeren Versprechen. Wir machen keine Ankündigungen. Denn wir regieren. Wir machen keine unzuliebten Milliarden Ausgaben. Das, was wir darin vorschreiben, ist eh teuer genug. Unser Ziel ist, gut regieren, um eine gute Grundlage für ein gutes Leben in Bayern zu schaffen. Fakt ist, Bayern-Bilanz und Bayern-Gefühl passen wie kaum einer im Bundesland. Wir liegen in allen Tabellen fast vorne in Deutschland. Die Zufriedenheit mit der Staatsregierung ist höher als beispielsweise die Zufriedenheit mit der Bundesregierung. Und die Menschen leben einfach gern in Bayern. Sie sind einfach gern bei uns in Bayern. Ob es Einheimische sind oder viele, die auch neu zu uns kommen. Die Menschen leben gern in Bayern. Wir haben Bayern durch die eine schwere Krise gut geführt und sind überzeugt, dass wir auch durch die nächste sie führen können. Es besteht viel, viel Hoffnung, dass wir das schaffen können. Wir müssen nur die Weichen rechtzeitig stellen und ohne Ideologie die Menschen mitnehmen. Für Bayern gilt, und das ist der Kernbereich, auf die CSU kommt es an. Wir sind Mitte und Zentrum der bayerischen Politik. Am Ende sichert nur die CSU die besondere Rolle Bayerns und sorgt für Stabilität in unserem Land. Unser Land ist in guter Hand, so empfinden wir das. Die Ampel ist ideologisch und zerstritten und wir in Bayern sind pragmatisch und bodenständig. Weil die Grünen ihre Ideologie gefangen sind. Die Grünen hängen deswegen so in der Luft, weil sie ständig ihre ideologischen Pläne der praktischen Realität anpassen müssen und deswegen auch ständig etwas ändern müssen. Weil die Weltanschauung der Grünen aber nicht zu uns passt, bleiben wir auch zu dem klaren Statement kein Schwarz-Grün, keine Grünen in der bayerischen Staatssicherung. Wir sind die liberal, freiheitlich, konservativ-soziale, bürgerliche Kraft. Wir sind für die Mitte da. Insbesondere für Normalverdiener, für Rentner, für junge Familien, für Handwerk, Landwirtschaft und Mittelstand. Unser Ziel ist, dass Normalverdiener sich zukünftig auch noch ein gutes Leben leisten können. Die einen diskutieren über Superreiche, die anderen über die Ärmsten der Gesellschaft. Beides mag wichtig sein und ist wichtig. Aber wir setzen auf die Mitte der Gesellschaft, auf die, die hart arbeiten, sich engagieren und die schauen müssen, dass sie über die Runden kommen bei steigender Inflation und steigenden Energiepreisen. Und wichtig, wir sind vielleicht die einzige Partei, die ein Angebot für das ganze Land macht. Wir spalten nicht. Wir setzen nicht nur einseitig auf die Städte. Wir sind aber auch nicht gegen die Städte, wie manche andere so argumentieren. Stadt und Land, Hand in Hand. Meine Aufgabe als Ministerpräsident ist es auch, das Land zusammenzuhalten und die Demokratie in dieser wackeligen und nervös aufgeregten Zeit. Ich bin weder ein Gaudibus noch ein Marktschreier, sondern ich will alle dabei haben. Die CSU, um es als Symbol zu nehmen, wir strecken die Hand aus. Wir zeigen nicht die Faust. Wir zeigen weder den Stinke noch den belehrenden Zeigefinger. Wir reichen die Hand für ein gutes und starkes Bayern. Gegen linke Ideologie und gegen rechte Randale. Der Herr war ich auch in Erding. Was heute vom Parteivorstand groß und maximal, kann man glaube ich sagen, begrüßt wurde. Aber auch mit einer Clan-Abgrenzung zur AfD. Wir wollen es auch jedem erzählen. Die AfD ist nicht nur einfach Protest. Die AfD hat einen Plan. Und zwar einen Plan für ein anderes Deutschland. Herr Höcke hat es wieder einmal bewiesen, jetzt zu den Gedenktagen zum 17. Juni. Er sagte, Deutschland sei kein Rechtsstaat, sondern ein Gesinnungsstaat. Und wie so oft, Deutschland sei keine Demokratie mehr. Dies sind Mustersprech aus alten, schlimmen Zeiten von Deutschland. Und die bayerische AfD, das muss jedem klar sein, ist Teil der nationalen Höcke-Sekte. Teil der nationalen Höcke-Sekte. Und deswegen ist für uns auch ganz klar, wenn ich das immer lese, Strauß, den gern einiger als Kronzeugen bemühen möchte, Franz Josef Strauß, der hätte die AfD bekämpft. Und ich bin ganz sicher, gerade wegen ihrer, ja wirklich extremen Loyalität zum Kreml, hätte Strauß über die AfD gesagt, sie ist die fünfte Kolonne Moskaus. So empfinden wir das. Keiner ist so nah an Moskau dran. Keiner ist so nah an Putin dran wie die AfD. Und deswegen ist für uns klar, dass wir uns dagegen wenden. Und klar abgrenzen. Wie auch in Erding. Und wir tun das nicht nur dort, sondern überall. Man darf nicht wegen jeder schnellen Stimme den politischen Anstand verlieren. Wir sind für normale Bürger da. Wir verstehen die Sorgen und da setzen wir uns ein. Und wir gehen auch hin. Mit Mut statt Wut. Das ist ganz entscheidend. Mit Mut statt Wut. Wichtig ist, sich nicht anzubiedern. Denn wer kopiert, der verliert. Das Original ist in seiner Wucht dann immer stärker. Unser Ziel ist, die Bayern-Koalition fortzusetzen. Mit unseren Freunden und Partnern der Freien Wähler. Aber die Freien Wähler sind eine eigenständige Partei. Wenn die Freien Wähler den Platz der Mitte verändern wollen, wenn sie sich in eine neue Richtung aufmachen, dann ist es ihre Entscheidung. Wir bleiben bei unserem Kurs als Liberale, als konservative Kraft der bürgerlichen Mitte und laden auch alle ein, uns dabei zu unterstützen, die Mitte zu stärken. Und laden ganz besonders die ein, die sich dann woanders vielleicht nicht mehr wohlfühlen oder nicht mehr so aufgehoben fühlen. Noch zu unserem Programm. Wir setzen da ganz bewusste Schwerpunkte. Die Schwerpunkte noch einmal alles, was Bayern braucht. Das erste ist ganz besonders für Familien und für Soziales, um besser durch diese Zeiten zu kommen. Deswegen bekennen wir uns als einziges Bundesland zum Familiengeld und wollen es sogar stärken für Alleinerziehende. Wir bekennen uns zum Ausbau der Kita-Plätze, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf voranzubringen. Unser Ziel werden 200.000 Kita- und Betreuungsplätze bis 2028 sein. 8.000 Stellen in der Schule, A13 und Tablets für alle Schülerinnen und Schüler. Wir werden Pflegeplätze verdoppeln. Und dies ist nichts Langweiliges, sondern elementar wichtig für die Menschen. Wir werden das Pflegegeld erhalten. Wir stocken die Krankenhausförderung noch einmal deutlich auf in den nächsten fünf Jahren mit einer Krankenhausmilliarde und lehnen eine Zweiklassengesellschaft für Medizin zwischen Stadt und Land ab. Das ist uns ganz, ganz besonders wichtig, das zu unterstreichen. Wir wollen ein sicheres Land bleiben. Deswegen wird die Polizei weiter verstärkt. Tausend neue Polizisten, insbesondere für die Infektionen und für den Dienst draußen bei den Bürgern. Unsere Straßen sollen weiter die sichersten in Deutschland bleiben, gegen alle, auch gegenüber Clans. Wir werden die Grenzpolizei ausbauen, empfehlen sie in ganz Deutschland einzuführen, weil die Grenzpolizei ein überragender Erfolg ist. Wenn ich sehe, welche Fahndungserfolge gemacht wurden, hat die Bayerische Grenzpolizei Bayern deutlich besser und deutlich sicherer gemacht. Und wir sind auch mit unseren Polizeigesetzen vor allen Gerichten jetzt noch einmal eindrücklich bestätigt worden. Wir helfen der Zuwanderung und wir wollen aber Zuwanderung sinnvoll steuern und sind gegen eine unkontrollierte Zuwanderung zu uns. Wir stärken Wirtschaft und Klima, indem wir die erneuerbaren Energien, lieber Martin, verdoppeln. Wir liegen da jetzt schon sehr, sehr gut, viel besser, als wir noch vor Monaten gedacht haben. Wir lehnen das ideologische Heizgesetz in seiner Ursprungsform ab. Wir haben Vorschläge gemacht. Wir wissen übrigens noch nicht, was jetzt wirklich dabei herauskommt. Wir sind noch relativ offen dabei. Wir setzen weiter auf Kernenergie zur Überbrückung der schwierigen Zeit und auf den Rohstoff Holz und pflanzen Bäume und schützen unser Wasser. Wir sind für Mittelstand da. Unser ganz großes Ziel ist, das Handwerk weiter zu stärken. Noch keine Staatsregierung wahrscheinlich und keine andere Landesregierung hat so viel dafür getan. Wir sind nicht nur das erste und einzige Bundesland mit einem Familiengeld. Wir sind nicht nur das erste und einzige Bundesland mit einem Pflegegeld. Gibt es nur bei uns. Wir sind auch das erste und einzige Bundesland mit einer Meisterprüfung, die dann bezahlt wird und zwar so, dass sie kostenfrei ist. Die kostenfreie Meisterausbildung ist ein Alleinstellungsmerkmal im Handwerk in ganz Deutschland. Übrigens auch der Tag des Handwerks. Gleiches unterstützen wir mit der Landwirtschaft, weniger Bürokratie. Wir wollen, dass im Landwirtschaftsministerium alle Kontrollen verdichtet werden, die jetzt noch zwischen den Ministerien hin und her gehen, um das aus einer praxisvernünftigen Sicht zu machen. Weniger Kontrollen, mehr Vertrauen, mehr Regionalität, niedrigere Mehrwertsteuer auch an der Stelle für die Lebensmittel und ganz wichtig auch praxisnahe Lösungen für Themen wie Düngeverordnung und viele andere landwirtschaftliche Themen. Die Infrastruktur bleibt eine große Herausforderung wie überall in Deutschland. Deswegen ist es wichtig, den Wohnungsbau zu verstärken, dabei vor allem auch das Eigentum zu stärken. Wir wissen, dass wir da noch nicht beim Wohnungsbau in den Ballungsräumen am Ziel sind, wie keiner übrigens in Deutschland. Trotzdem geben wir da nicht auf, drücken es weg, sondern verstärken es. Wir wollen das Eigentum stärken und zwar ganz massiv mit den Unterstützungen, mit Darlehen, mit Bürgschaften und auch mit einer niedrigen, mit der niedrigsten Grunderwerbsteuer, die es in ganz Deutschland gibt, beim Erwerb. Und ja, die Klage zur Erbschaftsteuer ist wichtig. Ich habe gelesen, dass manche meinen, es gegen Steuermilliardäre wie immer null Ahnung und ideologisch geprägt. Wir wollen das Elternhaus, den Familienbesitz schützen, der in Bayern wichtig ist. Die Eigentumsquote ist in Bayern höher als woanders. Und wenn Generationen ein Elternhaus haben oder einen Hof oder einen Betrieb, dann kann es am Ende nicht so sein, wegen den hohen Preisen in Bayern, dass wir unsere Häuser verkaufen müssen, nur um die Erbschaftsteuer zu bezahlen. Das ist das Motto. Und auf den Bund sagen wir auch ganz klar, das ist der kleinste Teil, das ist alles Bayern pur. Wir sagen, wir wollen keine Steuererhöhungen haben, weder für die Gastronomie. Wir wollen Senkungen haben bei der Mehrwertsteuer, Senkungen vor allem auch der Stromsteuer, um Industrie, Handwerk und die Bürger zu im Lasten. Wir lehnen ein erhöhtes Renteneintrittshalter ab, wollen dafür lieber die komplette Finanzierung der Mütterrente und natürlich, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Klage für die Länderfinanzausreicht. Gleich wird auch noch jetzt vor der Sommerpause eingereicht werden. Das sind einige der Kernpunkte, würde ich sagen. All das, was wir da ansprechen, dient der Verbesserung der Lebensqualität in Bayern. Wir machen kein Programm für Politologen, so wichtig sie sind. Wir machen kein Programm für die Theorie. Wir machen ein ganz praktisches, bodenständiges Regierungsprogramm, um in Bayern gut leben zu können. Weil wir den Leuten nichts vorschreiben, wie sie zu leben haben, aber wir bieten ihnen die Möglichkeit, so frei und selbstbestimmt zu leben und alle dabei mitzunehmen. Wichtig ist, wir empfinden uns als das bayerische Original, wenn es um die Stimme in Deutschland geht. Die Wahrheit ist, die größten Teile der Opposition tun sich schwer, sich abzunabeln von Berlin und eine eigene bayerische Identität zu entwickeln. Und unser Koalitionspartner ist engagiert bei den Themen, aber letztlich ohne größere Wirkung. Weil wir die Stimme des Südens sind in Deutschland, ist es auch so, dass man uns hier gerne mundtot machen möchte oder zumindest reduzieren wollte. Deswegen ist das Thema Wahlrecht ein wichtiger Punkt für uns alle. Wir haben jetzt unser Programm auf den Weg gebracht. Wir werden sicherlich auch noch Kurzfassungen dann entsprechend machen in den nächsten Wochen. Wir sind viel unterwegs. Wir haben auch viele Gäste. Wir stimmen uns ab. Nächste Woche dann treffen wir uns mit der CDU hier in München. Hier wird es dann stattfinden in der Landesleitung zu einer gemeinsamen Präsidiumssitzung. Das ist die erste gemeinsame in Bayern seit 2017, an die sich der eine oder andere vielleicht noch erinnern kann, wie es damals war. Gott sei Dank haben wir eine ganz andere Situation. Wir werden da auch gemeinsame, klare Punkte markieren, wie wir uns da an der Stelle gerade für Deutschland die Politik vorstellen. Insbesondere ist uns wichtig, dass da Hessen auch mit dabei ist, weil beide Länder, Bayern und Hessen, am 8. Oktober ja einen gemeinsamen Wahlgang haben. Und das ist schon ein Viertelfass der Deutschen, die an dem Tag darüber abstimmt, wie der Kurs der Politik sein soll. Für uns ist es wichtig. Wir setzen uns da sehr, sehr ein, gemeinsam zu arbeiten. Und wir sagen auch ganz klar, alle personellen Debatten, die jetzt geführt werden zur Aufstellung der Bundestagswahl 2025, also Kanzlerkandidatenfrage, und da bin ich von meiner festen Überzeugung, die Sie kennen, sollten erst, da bin ich mir mit Friedrich Merz einig, nach der Europawahl überhaupt ins Auge gefasst. Von vorher werden wir uns dazu definitiv nicht einlassen. Für uns ist wichtig, in einer solchen Situation, dass man ein gutes Programm hat, dass man eine gute Kampagne hat. Mein Lob an den Generalsekretär, die Vorbereitungen sind hier exzellent. Wir sind weiter als bei allen anderen Wahlkämpfen, haben erst morgen wieder all die Dinge noch abgeglichen. Und wir brauchen auch maximalen Einsatz. Am vergangenen Wochenende war ich bei einer Sonnenwind-Feier. Ich werde ja oft gefragt, Herr Minister, warum gehen Sie auf so viele Feste? So, und warum machen Sie denn das? War ich am Samstagabend dann noch bei einer der unzähligen Termine, die ich hatte. Sie können das ja zum Teil mitverfolgen. Und da setzt sich jemand aus dem Erzgebirge da, der bei dem Sportverein, bei dem ich war, da war die Mannschaft auf dem Erzgebirge da. Setzt sich zu mir. Dummerweise haben Sie auch noch gewonnen gegen den Nürnberger Verein, aber das ist im Moment ein Gefühl, das wir öfters erleben. Und dann sagt er zu mir, ich finde das total beeindruckend, dass Sie da auf sowas gehen. Und dass ich Hallo sagen kann und dass ich mit Ihnen reden kann über Politik. Das gibt es woanders oder bei uns nicht so. So sagte der Mann. Und genau deswegen sind wir da. Um anfassbar zu sein. Damit die Leute auch den Eindruck haben, sie werden mit ihren Sorgen nicht alleingelassen. Wir können nicht versprechen, dass es keine Krisen gibt. Oder dass alles perfekt ist. Bayern ist kein Paradies und auch keine ewigen Jagdgründe. Aber es ist im Vergleich zu allen anderen die beste Chance, sein Leben zu gestalten. Ich selbst bin jetzt seit Januar, wir haben das mal ausgerichtet in meinem Büro, seit Januar waren es bislang 350 Termine mit Außenkontakten. Haben rund 375.000 Menschen mehr oder weniger direkt erreicht. Bis Ende des Wahlkampfs werden sogar 110 Bierzelte sein. Allein heute wieder zwei. Können Sie sagen, selber schuld. Aber es ist halt nun mal so ein Teil der Politik. Und wir sind auch natürlich neben den analogen Kampagneformen digital unterwegs wie selten. Seit Januar übrigens insgesamt 100 Millionen Kontakte. Nicht 100 Millionen Menschen, aber 100 Millionen Kontakte. Allein mit weiten Social Media Aktivitäten werden das als Bestandteil unserer auch Kommunikationsstrategie weitermachen. Das heißt, es geht nur mit Einsatz voran. Rund um die Uhr im Einsatz. Keine Vier-Tage-Woche für die CSU. Ja, sondern eher ein Acht-Tage-Woche müsste das fast sein. Das wird jetzt ein Marathon im Sprint. Anders kann man es gar nicht sagen. Es geht halt einfach um Bayern. Und wir sind fest entschlossen, nicht nach anderen zu schauen, nicht auf andere zu achten, sondern als stabiles Zentrum für alle, die sich für Mitte, für Demokratie und für eine liberale Gesellschaft engagieren, Anlaufpunkt und Ansprechpartner zu sein und ganz besonders die eigentliche soziale Kraft zu sein. Die eigentlich soziale Kraft in Bayern. Wir kümmern uns um die kleinen Dinge. Wir kümmern uns um Leute in ihren Alltagssorgen. Und wir sind da, wenn es darum geht, dass auch Normalverdiener auf Dauer ein gutes Leben führen können. Vielen Dank. Martin Huber. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Regierungsprogramm wurde heute im Parteivorstand beraten und beschlossen. Und es freut mich, Ihnen sagen zu können, es wurde einstimmig beschlossen. Es gab sehr viel Lob und Rückenwind für die Positionierung, die Markus Söder Ihnen gerade vorgestellt hat. Und darin zeigt sich natürlich auch unsere enge Verbindung zur Lebenswirklichkeit, diese Nähe zum Menschen, die genau sich auch in unserem Programm ja auch widerspiegelt. Es zeigt sich auch, dass diese Geschlossenheit, die bei uns herrscht, natürlich auch etwas ist, was uns auch deutlich unterscheidet von allen anderen. Während woanders Chaos und Zoff herrscht, sind wir als CSU geschlossen unterwegs. Wir sind auch hoch motiviert und hoch engagiert unterwegs. Erst vergangene Woche war ja eine Vielzahl von Infoständen auch noch einmal zu unserer Kampagne zum Heizgesetz. Und die Rückmeldungen unserer Mitglieder an den Infoständen ist einhellig. Große und hohe Zustimmung der Menschen an den Infoständen zur Politik der CSU, zu Markus Söder als Ministerpräsident. Und insofern sind wir als CSU klar positioniert mit unserem Regierungsprogramm, geschlossen und hoch motiviert unterwegs und freuen uns auf die kommenden Woche und Monate. Und noch einmal danke an dich und an die Tanja auch für die echt exzellente Zusammenarbeit. Zu Ihren Fragen, Julian von Löwis vom Bayerischen Rundfunk. Da bin ich der Erste. Vielen Dank. Jetzt muss ich kurz die Zeile suchen. Sie haben gesagt, man darf nicht wegen jeder schnellen Stimme den politischen Anstand verlieren. Ich interpretiere das als klare Kritik an den Aussagen von Herrn Aiwanger. Werden Sie in Zukunft auch jetzt im Wahlkampf mehr auf die eigene Wortwahl achten, um sich noch klarer von einer vermeintlich härteren Wortwahl des Herrn Aiwanger zu distanzieren? Oder braucht es das gar nicht? Wir sind das Zentrum. Wir sind diejenigen, die Bayern bislang gut geprägt haben. In einer guten Koalition auch. Aber ohne die CSU ging ja nichts voran. Und wenn Sie die ganzen Umfragen betrachten, dann nähern sich viele, viele irgendwie an. Aber wir sind sozusagen doch relativ singulär. Und deswegen erfolgt daraus auch ein Anspruch, den wir haben wollen. Ein Anspruch, Bayern zu prägen. Und wir haben, wie ich schon mal gesagt habe, Profil mit Stil. Wir können Klartext. Wir reden auch deutlich, weil es die normalen Leute verstehen sollen. Aber es gibt für alles eben Grenzen und auf die achten wir. Mir war es einfach wichtig, auch in Erding, nicht abzugrenzen von der AfD. Ich halte es schon für wichtig, weil es eben nicht nur darum geht, die AfD, wie ich es gesagt habe, als Protestpartei einfach nur zu sehen, sondern den Menschen auch mal zu überklären, wer sind die da eigentlich, die Funktionäre. Die Spitzenfunktionäre der AfD in Bayern, Frau Ebner-Steiner und Herr Böhm, jawohl, Herr Böhm, wenn das wieder heißt, das war nicht liebevoll, die sind Teil der Höcke-Gemeinschaft, der Höcke, Höcke-Sekte. Ich nenne es bewusst auch Sekte. Weil da gibt es also tatsächlich ganz seltsame und krude Pläne für eine neue Welt, für ein neues Deutschland und am Ende für ein neues Bayern. Und das muss man einfach kommunizieren so. Nichtsdestotrotz ist bei uns auch Klartext und klare Sprache zu Hause und dabei bleibt es auch. Aber man kann auch Klartext reden an der Stelle und gut kommunizieren und trotzdem das Ganze mit Stil machen. Herr Puhl vom ZDF. Herr Söder, zwei Fragen. Einmal, jetzt haben Sie gerade gesagt, mir war es wichtig, mich von der AfD abzugrenzen in Erding auch. Wie erfolgreich war das denn aus Ihrer Sicht? Also wenn man die Bilder gesehen hat und auch das, was Ihnen da passiert ist, könnte man ja sagen, die Leute dort haben das, glaube ich, nicht wirklich so aufgefasst, wie Sie das gemeint haben. Sie sind da ausgebucht worden, als Sie sich abgegrenzt haben. Also wie erfolgreich war Ihre Mission aus Ihrer Sicht, sich von der AfD da abzugrenzen? Und ist das wirklich so angekommen aus Ihrer Sicht? Würden Sie vielleicht selbstkritisch das in der Rückschau anders bewerten, Ihren Auftritt in Erding? Und das andere war, Sie haben gesagt, wenn die Freien Wähler sich weiter in diese Richtung entwickeln, also ich habe sie so interpretiert, sind diese schreierische Entwicklungen, Sie tun das nicht als DSU. Aber die Frage, die jetzt für mich dahinter steht, ist, Sie haben sich ja schon committed für die Landtagswahl eben zu dieser Bayern-Koalition. Wenn jetzt die Freien Wähler diesen Weg, den Sie beschrieben haben, weitergehen, gibt es für Sie einen Punkt, wo Sie sagen, da können wir dann nicht mehr mit Hubert Aiwanger zusammenarbeiten? Also erstens einmal, Parteivorstand hat heute ganz einstimmig gesagt, dass man sehr dankbar ist über die Art und Weise, dass ich da war und wie ich das gemacht habe. Und wissen Sie, ich hätte vielleicht ein Problem gehabt, wenn AfDler gejubelt hätten. Dann hätte ich ein Problem der Abgrenzung haben müsste. Aber dass Sie dann bei Ihrer aggressiven Sprache, ich weiß nicht, waren Sie selbst auch vor Ort? Okay, dann hätten Sie, wenn Sie bei manchen Worten Sie da gehört hätten, ist das so viel, hätten Sie geschluckt. Einfach geschluckt. Da gab es auch die gesamte Gruppe der Corona-Leugner waren da und auch viele Impfgegner. Also das war schon taff. Jetzt ist die Frage, weichen oder Klartext reden. Ich habe mich klar entschieden dafür, als Demokrat der Mitte klar zu sagen, was ich zu sagen habe. Es gab auch sehr, sehr viel Beifall. Ich habe gesagt, wenn man nicht da war, ist das schwer zu ermitteln, das ist kein Vorwurf. Wenn man hinterher das bewertet, aber da war es so, dass es dann am Ende den großen Beifall gab. Nicht von dieser Hardcore-Gruppe, aber die muss halt damit leben, das war Klartext formuliert. Demokraten, die vor Störern weichen, verlieren letztlich ihre Stärke. Deswegen, glaube ich, war das eindeutig. Und zum Zweiten, zu dem Thema, das letzte Woche alles gesagt worden, auch von den Freien Wählern selber. Wir wollen die Bayern-Koalition fortsetzen. Wenn die Freien Wähler als eigenständige Partei ihren Kurs neu definieren, das muss ja die Partei auch überlegen, kann auch sein, dass es sehr viele Leute gibt bei den Freien Wählern, Wählerinnen und Wählern, der Mitte, die sagen, vielleicht interessiere ich mich jetzt doch mehr für die CSU. Das werden wir sehen im Lauf des Wahlkampfes. Nächste Frage hatte Eva Eichmann vom Brasilien, dann Uli Bachmeier, Augsburger Allgemeine. Herr Söder, wenn ich Sie richtig verstehe, die Positionen sind klar. Sie sagen, Sie reden Klartext. Haben Sie denn auch mit dem Hubert Aiwanger Klartext gesprochen? Wir bekommen da unterschiedliche Signale, wie das im Kabinett gelaufen ist und ob am Ende eine, wie auch immer, geartete Vereinbarung gestanden hat, wie man jetzt gemeinsam weitermacht. Über Kabinettsinternas sprechen wir nicht. Das ist ein guter Stil, finde ich. Das machen vielleicht andere, aber wir nicht. Wir haben das alles intensiv besprochen und soweit ich gelesen habe, gab es ja Signale auch der Freien Wählerpartei danach, wie man damit umgehen will. Und davon gehen wir jetzt auch aus. Es wurde angesprochen und alles wurde aus meiner Sicht abschließend ausreichend erörtert. Stefan Mack von Antenne Bayern. Ich wollte fragen, ob es denn jetzt im Vergleich zum Entwurf vom Freitag noch größere Änderungen gab, Präzisierungen vielleicht, oder ist dieser Entwurf so beschlossen worden? Ja, es hat noch einige Änderungen gegeben. Vielleicht sagst du das. Übrigens noch was anderes. Es kommt in Bayern im Wesentlichen auf das an, was die CSU macht, nicht was andere tun. Alles andere ist interessant, aber die Kernvorgabe, in welche Richtung die bayerische Politik läuft, ist bei uns. Das sind wir. Ja, wenn wir schwächeln, wenn wir schwanken, dann ist es für Bayern schwieriger. Und deswegen ist die Kernfrage zu beschäftigen, was ist unser Kost. Das tun sie auch. Vielen Dank dafür. Das andere ist auch wichtig, aber die Kernfrage ist einfach, wie ist die Rolle und wie ist die Wahrnehmung. Und das sehen Sie auch national. Im Endeffekt bewegen kann man der Politik im Endeffekt vor allem mit uns was. Und das ist auch nochmal das Angebot an alle, die wir in dem Wahlprogramm zeigen wollen. Und es hat ein paar Änderungen jetzt noch gegeben. Der Generalsekretär. Es waren redaktionelle Änderungen, noch einmal Ergänzungen, Umformulierungen, aber jetzt nichts, was die Kernbotschaften oder den Inhalt in irgendeiner Art und Weise noch einmal verändert hätte. Der Entwurf wurde einstimmig beschlossen. Die redaktionellen Änderungen, die im Vorfeld und auch heute diskutiert wurden, arbeiten wir ein, sodass dann jetzt auch demnächst die endgültige Fassung zur Verfügung steht. Eine Frage, die sich noch an die Frage des Kollegen anschließt zum Wahlkampf und zum Umgang mit den Freien Wählern. Sie hatten sich ja committed eben auf diese Bayern-Koalition und man hatte in den letzten Monaten jetzt nicht den Eindruck, dass es da einen größeren Wahlkampf auch mit den Freien Wählern gibt. Ist sie, wie ist da jetzt Ihre Taktik, hat sich das geändert? Wird es auch einen stärkeren Wahlkampf noch einmal gegen die Freien Wähler geben? Was ist da Ihr Plan? Wir machen nur Wahlkampf für uns und nicht gegen jeden. Wir glauben, dass beide Stimmen gut bei der CSU aufgehoben sind. Sowohl mit einem hervorragenden Angebot der Direktkandidaten. Schauen Sie sich die Regierungsbezirke an. In allen Regierungsbezirken bieten wir starke Kabinettsmitglieder. Mit Elze Eigen und vielen Oberbayern, Ministern in Oberbayern und München. Allein zwei Minister für München. Mit Christian Bernbreiter in Niederbayern. Mit dem echten Schwergewicht Albert Führerger in der Oberpfalz. Mit Melanie Hummel und Judith Gerlach in Oberfranken und Unterfranken. Joachim Herrmann und mir in Mittelfranken. Und in Schwaben mit Klaus Solitschek. Schauen Sie mal, wer woanders kandidiert von den anderen Parteien. Einfach mal gucken, ob Sie die jeweiligen Listenführer jetzt alle total präsent haben. Sie wahrscheinlich schon. Aber ob Sie die so präsent haben. Das heißt, wir machen für uns Wahlkampf. Und zwar für Bayern. Wir versuchen nicht, anderen etwas wegzunehmen. Aber wir sind eine eigenständige Partei. Das war schon immer so. Es gibt auch keine Koalitionswahlkämpfe. Natürlich ist man auch Wettbewerber vor Ort. Aber wir haben eine gemeinsame Aussage getroffen. Die Freien Wähler ja auch mehrfach. Deswegen glaube ich, ist dieser Weg da richtig. Aber natürlich werben wir für uns selbst. Und es gibt auch Unterschiede in der Wahrnehmung. Unterschiede im Stil. Und dann kann jeder am Ende auch selber entscheiden, was man glaubt, was richtig ist. Und deswegen mache ich auch Wahlkampf sehr viel vor Ort. Ich habe allein heute wieder zwei Bierzelte. Wie gesagt, Augen auf bei der Berufswahl, sagt man mir dann immer. Aber das sind alles wichtige Termine. Präsenz vor Ort ist die Basis für demokratischen Erfolg. Das ist letztlich so. Und Bayern erfordert halt mehr, weil wir einfach größer sind. Also es ist einfach so, ja. Wenn wir ein kleineres Bundesland wären, dann wäre ich jetzt, glaube ich, schon zehnmal durch. Aber Bayern ist halt anders. Und deswegen ist mir auch die Begegnung wichtig, unzählige Gespräche. Und das ist auch bei uns sehr unterschiedlich. Es ist eben nicht nur das Bierzelt. Das sind Gottesdienste, Kirchentage. Das sind Bibelgespräche, Familienfeste, Empfänge. Es sind kleine wie große Termine dabei. Wir setzen auch ganz bewusst auf eine Vielzahl von Terminen. Das Bierzelt ist eine Veranstaltung, aber nicht nur. Wenn ich Ihnen rein sagen kann, nicht alle, zum Beispiel Frauen, gehen automatisch gerne ins Bierzelt, weil sie die Art der Kommunikation dort zumindest auch andere Möglichkeiten fänden, dass man reden kann. Deswegen sind wir auch bei Schulfesten und Kitaöffnungen bei uns, suchen auch sehr den Dialog, die breitest entscheiden. Unser Ziel ist nicht, 12 oder 13 Prozent zu haben, sondern unser Ziel ist dann halt einfach die Stabilität, so dass Bayern gut regiert werden kann. Also deutlich mehr. Und so ist auch der ganze Ansatz gewählt. Nicht auf andere schauen. Die anderen schauen ja alle auf uns. Die anderen arbeiten sicher an uns in der Regel ab. Im Zweifelsfall auch ein Ministerpräsident. Aber das halte ich schon aus. Herr Wendler vom Bayerischen Rundfunk. Danke. Herr Söder, wie lange haben Sie denn überlegt, ob nicht auch eine konservative Kraft, in Zeiten, in denen sich alles wahnsinnig schnell wandelt, auf die eine oder andere Herausforderung doch eine neue, überraschende Antwort finden muss? Erst aus inhaltlichen Gründen und zweitens aber auch, weil die CSU ja schon auch den Anspruch hat, mit öffentlichkeitswirksamen Aufschlägen und interessanten Sachen wahrgenommen zu werden. Mit Wahlkampf schlagern, wenn man so will. Also inhaltlich wie auch diese Öffentlichkeitsgeschichte. Warum davon gar nichts in diesem Wahlprogramm? Ich finde das nicht. Ich teile Ihre Auffassung nicht. Wahlkampf schlager sind Dinge wie Meisterausbildung. Wahlkampf schlager sind Dinge wie Pflegegeld. Gründlich breite Akzeptanz. Wahlkampf schlager sind Dinge wie Erbschaftssteuer, Milender Finanzausgleich. Und was ich für elementar wichtig halte, die Investitionen in Familie. Es mag sein, dass das in der Schlagzeilenwelt, wenn ich das so sagen darf, in der Schlagzeilenwelt, jetzt sagen, ja warum habt ihr jetzt da mehr Lehrer, ist doch nicht so interessant. Das ist aber für die Familien existenziell. Und es gibt jenseits der Schlagzeile eine breite Stimmung. Und das merken Sie übrigens häufig, dass bei Wahlen plötzlich acht, neun Tage vor sich plötzlich was verändert, obwohl es in dem ganzen, ich sage jetzt mal medialen Aufgeregtheit, überhaupt keine Rolle gespielt hat. Wir kratzen nicht an der Oberfläche. Sondern wir sorgen auch nicht mehr für leichte, schnelle Wellen, sondern wir prägen die Strömung. Wir wollen die Strömungen prägen, für Bayern. Und deswegen gehen wir all das an, was richtig ist. Im Übrigen, das ist ja irgendwo gelesen, habe ich langweilig nichts Neues. Letzt, vor fünf Jahren, habe ich den Vorwurf bekommen, das sind ja alles nur Ankündigungen. Das ist ja Versprechen. Ein Beispiel, man hätte jetzt sagen können, die Meisterausbildung verspricht man. Das war so gewünscht von vielen. Dann sagen die Leute, ja wieso verspricht er das, wenn er es jetzt nicht macht? Könnt ihr doch machen. Ich bin sicher, kundige Journalisten hätten auf diesen leichten Widerspruch zu Recht hingewiesen. Im Übrigen schauen wir mal, was die nächsten Wochen noch bringen. Und auch noch die letzte Phase. Und deswegen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob man glaubt, mit einem einzigen Punkt das zu schaffen. Wir haben da eine Reihe von Dingen, die auch eine Rolle spielen und die auch in den Zelten sich wiederfinden. Auch ein klares Bekenntnis zur Polizei und Sicherheit. Grenzpolizei, können Sie sich erinnern, ich sage jeder, das bringt nichts. Das wird nochmal eine große Rolle spielen. Also wir sind da, ehrlicherweise, wir haben uns das genau überlegt. Aber wir sind, wir fangen nicht an. Sondern wir machen weiter. Und im Grunde genommen ist die Kernphilosophie, auch unser Land ist da schon in ganz guter Hand. Wir schauen mal, was die nächsten Wochen noch bringen. Heißt, das Wahlprogramm ist in Wirklichkeit nicht vollständig. Sie haben noch irgendeinen Knüller? Ich habe keine Ahnung, was die Welt uns noch an Aufgaben stellt. Die Welt stellt einem ja immer neue Aufgaben. Ich schließe auch bei der Ampel nichts aus an seltsamen Entwicklungen. Das neue Heizgesetz beispielsweise soll besser werden. Die wichtigste Botschaft ist, das konnten wir durchsetzen jetzt gemeinsam, dass Holz als nachwachsender Rohstoff nicht ausgeschlossen wird. War ja eine der absurdesten Regelungen. Aber was genau kommt, weiß keiner. Wie sich die Ampel die nächsten Monate verhält bei Haushalt und allen anderen Dingen. Also es wird natürlich noch eine Mischung sein. Aber das heute ist zunächst mal Landespolitik pur. Also kann man wirklich so sagen. Alles landespolitisch pur, was wir da drin machen. Ein Angebot wirklich für einen großen, Großteil der Bevölkerung, der sich da wiederfinden kann. Das ist uns wichtig. Diese Wahlprogramme werden auch über Wahl-O-Mat und anders viel intensiver wahrgenommen, als man das denkt. Es ist interessant, dass über den Wahl-O-Mat zum Beispiel ein Wahlprogramm mehr wahrgenommen wird, als über manche mediale Berichterstattung. Natürlich nicht des Bayerischen Rundfunks und so weiter, ist ja klar. Aber das ist tatsächlich so. Das ist eine Erfahrung. Und aus den Erfahrungen der letzten Monate und Jahre ziehen wir aus unserer Sicht die klugen Lehren. Letzte Frage dann, Herr Hinterberger von Kontrovers. Also da am Wochenende hat ja Ihre Schwesterpartei in Berlin Diskussionen geführt. Da ging es auch um Stilfragen, um Kursfragen. Herr Merz sagt das eine, Herr Günther etwas anderes. Gibt es diese Diskussion, nehmen Sie das wahr, auch in der CSU bei Ihnen? Nein. Nein? Nein. Ich habe zu den ganzen Punkten, Umgang und klare Linie, habe ich das ja alles erzählt, was wir da machen. Und auch zu der Frage, jetzt ganz deutlich, was personelle Fragen betrifft. Die haben ja wohl irgendwie am Rande eine Rolle gespielt, wie man gelesen hat. Auch da haben wir eine klare Haltung. Weder Interesse, noch halten wir es für sinnvoll. Und da war ich mir mit dem Parteivorsitzenden der CDU einig, dass diese auch personellen Debatten, im Übrigen, wir haben noch nicht mal die Halbzeit der Ampel. Wir haben noch nicht mal die Halbzeit der Ampel. Also würde es auch keinen Sinn machen, das jetzt irgendwie festzulegen. Also das hat überhaupt keinen Sinn, ja. Man kann sagen, dass man es früher festlegen möchte als beim letzten Mal. Wobei da die Frage ist, ob die Festlegung damals, also der Zeitpunkt des Problems war oder was anderes. Darüber darf man auch streiten. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Alles ist sicherlich irgendwo richtig. Aber wie gesagt, nach der Europawahl kann man beginnen zu überlegen, wie der Prozess einer solchen Findung ist. Und vorher werden wir uns auch nicht daran beteiligen. Und ich glaube schon, dass es für uns auch einfach wichtig ist, weil wir ein klares Profil haben. Und weil wir auch sehr deutlich sagen, dass diese Abgrenzung von den Grünen ist für uns einfach auch ein zentrales Moment. Und das ist ja auch spürbar, dass die Grünen ein echtes, veritables Problem haben als Partei. Eine Partei, die in den letzten Jahren antwortet, wie wir sind für alle da, wir machen die Welt besser. Die Hoffnung, die Welt besser zu machen, ist jedenfalls durch das extrem schlechte Regieren bei vielen in sehr nüchternder Form angekommen. Egal wo. Und deswegen war auch die Entscheidung auch von mir und die klare Aussage völlig richtig zu sagen, kein schwarz-grün in Bayern. Weitere Fragen sehe ich nicht. Dann vielen Dank für das Kommen. Wir zeigen Ihnen draußen noch die Großfläche zu unserem Regierungsprogramm. Vielen Dank. Vielen Dank.